Ja, was soll ich sagen, ich bin todmüde, es ist jetzt 8.52 Uhr, ich bin hier schon fleißig wieder am schneiden, aber ich muss heute in den Mediamarkt, ich mach da heute Promo und hab gar keinen Bock, weil ich noch so viel Arbeit anliegen habe und ich mir vorstellen kann, dass so heute im Mediamarkt nicht unbedingt so viel los sein wird, aber ist wie es ist und müssen wir jetzt durch, das ist wie Frankreich. Ja, ab und an mach ich noch mal so ein paar Mobilcom-Debitail-Tage im Monat, das war ja früher immer mein Hauptjob. Ich mach das einerseits natürlich, weil Geld nicht stinkt, andererseits gesehen ist es ab und an nochmal ein guter Ausgleich, nur leider immer genau dann nicht, wenn ich hin muss, weil ich da eigentlich so viel zu tun habe, dass es gar nicht passt. Aber gut, so ist es nun mal, ich fahre jetzt nach Wolfsburg und werde dann dort ein bisschen schaffen gehen. So, ich bin jetzt auf dem Weg in den Mediamarkt, ich hab wirklich Bock, es ist wahrscheinlich sehr ungewohnt, mich hier mal in dem Hemd zu sehen und mitgemachten Ahren, aber Pickel auf der Stirn wie ein 17-Jähriger. Ja, ich bin da wahrscheinlich so bis 8 Uhr, weil ich halt auch relativ spät erst da reinkomme. Das Witzige ist, dass ich da die IGTV-Folge von gestern schneiden muss, das heißt, ich werde in meiner Mittagspause mir da Pommes holen, gute Ernährung, und mich dann hinsetzen in den Pausenraum und dann, grüß mal blinken hier, und dann die IGTV-Folge schneiden. Also, mit Pause machen ist bei mir auch auf der Arbeit dann quasi nix. That's life, motherfuckers! So, jetzt sitze ich hier mit dem MacBook im Schoß, es ist jetzt 13.20 Uhr und schneide das Video jetzt. Ich würde es auch drin schneiden im Pausenraum, leider habe ich meine Kopfhörer vergessen, dementsprechend setze ich mich jetzt ins Auto, mache mir hier die Klima an und schneide jetzt hier das Video. Oh Gott, das ist wirklich weird. So, Feierabend, ole, ole, ole. Wee! Das ist die nächste Spaz, das hier. Mediamarkt ist jetzt beendet, und jetzt werde ich mit dem Behinderten und dem noch viel Behinderten dahinten, äh, Behinderten dahinten. Nein, ich bin ja nicht so behindert, du sagst übrigens mega oft in deinen Videos, es ist ja jetzt mal aufgefallen. Dass du behindert bist? Nein, wenn so zwei Personen da sind, sagst du immer, ja, das ist der hier, und der da hinten ist noch viel schlimmer. Oh, jetzt will ich deine Einblendung sehen, ja. Okay. Ja, sollte ich mir halt entweder Gedanken über meine Wortwahl oder über meinen Freundeskreis machen. Uh, mach doch mit, äh, ich dachte, du spielst du was hin und du. Ach so, ja, sag das doch weiter. Okay, okay, ne, ich fake das jetzt nicht. Ne, ich fake mir das nicht, ja. Wir gehen jetzt zum alten, äh, verlassenen, wie war's das eigentlich, Güterbahnhof, ja, ne? Zum alten, verlassenen Güterbahnhof in Braunschweig, da ist halt so ein abgeranztes Haus, wo man rein kann, da können wir halt bestimmt brutale Fotos schießen von meinen beiden Topmodels her. Hallo, ich bin Maximilian Kähm und ich filme mich dabei, wie ich Haus Friedensbruch begehe. Abonniert mich doch bitte. Na ja, ist jetzt nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Ich hab gehört, dass die Regine macht den Wechsel auf Malten. Gut, das ist richtig, richtig so geil, ey. Zeit für, Zeit für Essen. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Auf deinen Nacken hab ich gehört. Auf deinen Nacken heute. Scheiße werd ich tun, ey. Auf deinen Nacken. Und auf deinen Nacken. Bruder. Guten Appetit. So, ich bin wieder zu Hause. Essen ist jetzt, äh, überstanden, äh, ich hab mich so voll gehauen. Und, ähm, ja, ich hab vorhin noch was cooles gekauft, und zwar ist ein Gorilla-Portier. Habe ich schon lange im Auge gehabt, äh, heute einen guten Preis dafür bekommen. Ja, das ist dieses schöne Ding hier. Ähm, da kann ich quasi die Kamera drauf mounten. Und, ähm, kann dann quasi die Kamera überall dran festbinden. Oder es halt flacher aufstellen, steiler aufstellen. Finde ich ganz geil. Ist nicht der ganz große. Ähm, reicht aber für die kleine Cam auf jeden Fall aus. Um auf jeden Fall mit Schneelsparer. Das ist auch ganz praktisch. Und, äh, ja, ich würd sagen, das mount ich mal schnell um. So, there we go. Oh, mein Timer geht an. Ich muss noch eine Mail schreiben. So erinnere ich mich immer dran, dass ich noch Mails schreiben muss. Stelle Timer fünf Minuten. Denn das hat auch kurz vorrangig, das war mein Alter. Beziehungsweise das war der, ähm, ähm, das Stativ von meinem Mitbewohner. Das hab ich ihm abgefuckt, das kann er jetzt wieder haben. Und, äh, ja, ich würd sagen, ich setz mich dann mal an meinen Schreibtisch und, äh, werde hustlen. Es ist ein Uhr nachts. Halb zwei ist es sogar. Ich guck einfach überhaupt nicht mehr voran. Mein MacBook ist grad schon wieder abgestürzt. Mein Kopf ist grad richtig leer. Ich denk, ich werd mich jetzt hinhauen und versuch morgen früh aufzustehen. Es sind noch zwei große Projekte, dann bin ich dann erstmal soweit. Erstmal durch. Dann bin ich auch ein bisschen entspannter und kann auch mal ein bisschen, bisschen in den Tag blicken. Aber, ja, ich hau mich jetzt mal noch hin und, ja. Das war's mal. Das war's mal.